hallo hier ist der martin von mann in mann keys das ist die dax analyse für nun mittwoch den 20 10 2021 ja und unser dax der hat ihr kleines mittagsschläbchen gemacht zum dienstag da ist gar nicht viel passiert braucht man eigentlich auch nicht so viel uns darüber unterhalten hat sich nicht viel geändert wir sind etwas höher als wir eigentlich sind wir nicht mal höher als wir reingekommen sind wir sind etwas höher als wir gestern rausgegangen sind sagt man so rum aber auch noch ganz marginal es sieht ein wenig ja nach einer kleinen bärischen flagge aus also eine die nach unten auflösen kann zum mittwoch zum start dass der dax hier vielleicht noch mal auf die orangen linie hier drauf zurücksetzen könnte auf die 415 411 vielleicht aber sogar auch ein bisschen früher 430 das würde das würde zumindest ganz gut in liebe zu der bewegung passen wenn er jetzt hier nochmal nach unten tritt und dann muss man aber sagen ja okay bärische flagge auf der einen seite wäre das aber übergeordnet wenn man es im größeren bild dann sieht eine bullige flagge die von dem hoch nach unten weg zieht und ich sag mal wenn der wirklich jetzt zum mittwoch ja auch bloß so rum eiert und er steht dann hier ich sag mal bis zum ende des abends und dreht sich dann auch vielleicht sogar schon wieder auf dann hätten wir hier eine zweite korrektur will er passen zu der korrektur will er wahrscheinlich dann sogar in gleicher ausprägung zeitlicher zeitlicher spannen und dann könnte dax von hier wenn er das dann vollendet eine neue antriebswelle nach oben zünden und zwar eine wie hier oder wie hier dass er dann aus dem bereich hier um 412 430 eben noch mal so ein schuss nach oben setzen kann und er kann bis 670 gehen er kann bis 780 gehen das sind oben weiterhin die wichtigen ziele wenn es im dax zielinkt hier irgendwie die 55 65 rausnehmen wieder über 600 sich zu etablieren sogar wenn er es direkt macht halt wer wäre das auch offen und er machte sich schon ein bisschen durch dieses rauszögern was wir jetzt am dienstag gesehen haben machte sich schon ein bisschen oben naja er legt sich da ein paar sachen vor einfach ne hätte er sich jetzt zum dienstag hier knallhart runtergelegt und wäre auf die 270 gestürzt denn wäre es ein bisschen andere ausgangslage aber durch dieses rauszögern der abwärtsbewegung nachdem er zum verfall so hochgezogen wurde zeigte uns das vielleicht doch nicht so viel nur verfalls motivation dahinter gelegt zumindest scheint auch zu den amerikanern zu gucken die sich ja da relativ unbeeindruckt von zeigen und einfach nach oben durchblasen halten so und deswegen würde ich sagen zum dax ein bisschen oben aufpassen wenn wenn er dann die 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 punkte durchstiegert naja also wenn er dann drüber geht über die 550 über die 560 dann hat er eben noch platz bis in die 595 bis in das gap rein und darüber dann eben auch schon bis zu 670 überall von 670 daneben rein bis in die 87 naja das sind jetzt so die ziele die sollte man hier auf jeden fall parat haben weil das ist ganz klarer auftrieb dann kleine korrektur dann wieder auftriebswelle dann wieder kleine korrektur die kann noch ein bisschen ausgedehnt werden zeitlich hätte die noch hätte die noch platz und dann können da auch noch mal was drücken also das heißt damit er mir unten wieder attraktiver wird will ich ihn jetzt unter der 415 sehen und zwar will ich sehen dass er dort verkauft wird will nicht sehen dass er von dort stein nach oben zieht das wäre kontraproduktiv aber ich möchte von ihm ganz gerne für alle möglichen negativsten nach und brauchen wir den dax unter 415 solange der nicht unter 415 ist wird die zeit eher ein freund für weiter steigende kurse das heißt umso länger er sich zeit lässt so wahrscheinlich wird dann dass er oben noch ein paar hochs drüber setzt ja weil abwärts jetzt immer schnell und wenn es zu lange dauert dann ist es ein zeichen dass dann noch ein hoch fehlt also unter 415 abwärts tendenz weiter dann auch mit den zielen die wir gestern besprochen haben 350 270 dann noch mal super interessant die bleibt weiterhin sehr 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 heiß kann auch schön nach oben ballern so oberhalb von 415 kann es ein bisschen zäh werden noch werden und oberhalb von 550 wird hält sich sogar aufhalten wird es positiv oberhalb von 560 550 hier rein in die 495 und eben dann höher bis 670 87 und mehr braucht man eigentlich gar nicht besprechen weil das sind die wichtigen bereiche das sind die zonen er schwimmt noch dazwischen durch hat zum dienstag eigentlich gar nichts gemacht also das ist einfach nichts außer dass er halt die bewegung ausgebremst hat und wir haben ja davon gesprochen hier noch ein tief drunter und so weiter dass nichts von passiert na und das hätte eigentlich kommen müssen für negativ-szenarien ist es nicht gut wenn er sich zu viel zeit lässt aus dem eben erklärten grund können auch kurz ein tag reingucken sehen aber auch hier dass er eher nur auf der was ist das hier die 460 auf der 460 stabilisiert jetzt halt auch nicht so dass wann signal es ist auch noch kein goal nach oben ist jetzt keine absolute potente stärke die wir hier drin haben aber es sorgt schon für ein bisschen demut auf der oberseite das macht ein bisschen auch das anstiegsrisiko transparenter einfach durch dieses träge durch dieses langsam durch das ruhige durch dieses stabile halt ne und das ist das ist ganz wichtig wenn er runter will dass er nicht zu viel zeit lässt hat das öffnet ihm aus und oben zu viele tor ja gut das war es eigentlich auch schon mehr kann ich dazu gar nicht sagen die wichtigen punkte kennt ihr die seht ihr die sind auch decken sich auch mit allen unseren linien die wir hier drin haben es liegt sehr gut übereinander momentan und jetzt muss er reinkommen wie gesagt ich könnte mir vorstellen dass wir einen schwächeren start reinkriegen 430 für 15 muss man aufpassen dass man da nicht zu shortig wird wenn er dort schnell auskontakt um 411 oder so was und schnell nach oben drückt oder vielleicht von beginn an gleich über 560 drückt ich spreche das eher für noch mal ein paar kleine zwischenrallys zwischen kleine anstiege ja und von daher quatschen wir nicht mehr länger um heißen brei machen das video zu hoffe es hilft euch drückt euch die daumen dass ein paar punkte rausgeschnitten kriegt und dann sehen wir uns morgen wieder bis dahin tschüss und dann sehen wir uns morgen wieder bis zum nächsten Mal